Ey, guck mal, wie eklig ein Frosch ist, Mann. Ey, ich wusste es. Ich wusste es. Was soll das? Ew, mag er es gut? Okay. Sliding into DMs, like. Tierschützer würden auch hier wieder auf die Barrikaden gehen. Was tut ihr dem armen Pferd an? Das kann jetzt gar nichts hören. Der ist einfach weg. Und wenn ich das hier schon wieder sehe, ne? Äh! Das ist mir aber schon wieder unangenehm nah, wie der da jetzt steht. Ich nehm mal sicherheitshalber einen Kopfhörer raus. Jo. Okay. Das ist okay. Okay, da muss man sich keine Angst machen, dass... Keine Angst, äh... Also, da muss man keine Angst haben, dass die Schnecke in die Kamera springt, weil das können die nicht. Oder doch, ich weiß es nicht. Ich nehm es mal lieber raus. Okay, Glück auf. Man weiß nie. Man weiß nie. Ey, was hat der für riesige Ohren, Mann. Oh, mein Albtraum. Okay, das war wirklich gruselig. Das war wirklich gruselig. Lass, warum machen Tiere immer so hektische Bewegungen in Richtung Kamera? Das muss doch nicht sein. Ne, das ist sowas, finde ich eklig. Das würde ich gar nicht gucken und hören. Äh? Boah, der springt da jetzt bestimmt noch raus. Ich will es gar nicht sehen. Boah. Hä? Warum lacht die mich aus? Das war einfach ein widerlicher Frosch. Das war so widerlich. Boah, so was will ich einfach nicht sehen. So was will ich einfach nicht sehen. Boah, bäh. Wozu gibt es also auch so Wespen und so eine Scheiße? Penny. Penny. Oh, ich sehe jetzt hier schon wieder so Unterwasser-Kreaturen. Und das will ich mir nicht geben. Boah, was? Wie gruselig ist das denn? Stell dir vor, auf einmal kriecht so ein Ding. Das sieht ja auch so wie eine riesige Spinne, dieser Storch, Alter. Boah, guck mal, das Auge, wie gruselig der aussieht. What the fuck, Alter. Oh, scheiße. Nee. Ey. Ich hasse so komische, langbeinige, eklige Tiere, Alter. Was? Warum? Ey. Warum machen das, Leute? Wir gucken das jetzt einfach nicht weiter, Bro. Das fuckt mich übelst ab. Ich will hier einen entspannten Stream machen und mir nicht so eine Scheiße hier geben, Bro. Wirklich. Ey. Ich habe mich vom Herzen erschrocken. Ich habe mich vom Herzen erschrocken.